Schönen guten Tag, liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu Maidorns Meinung. Klar, eins bleibt beim Alten mit Alfred Maidorn. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Guten Tag. Aber wir wollen heute mal das Jahr Resümee passieren lassen oder mal ein Resümee ziehen über das Jahr. Wir haben ja jetzt noch, ja sagen wir mal, knappe zwei Wochen. Dann ist auch dieses Jahr 2015 schon wieder vorbei. Wir blicken zum einen zurück, welche Aktien sich wie verhalten haben. Vor allen Dingen die, über die wir uns schon häufig unterhalten haben. Und zum Schluss wagen wir natürlich auch noch einen kleinen Ausblick. Was jetzt anders ist, wir schauen uns die Aktien mal dementsprechend an, wer besonders gut und dagegen auch eher miserabel performt hat. Und wenn wir uns jetzt mal gerade aus dem DAX die zwei Werte E.ON und Infineon anschauen, da sieht man es schon ganz deutlich. Also dass E.ON eher der Rappelkandidat war, sollte unseren Zuschauern ja bekannt sein. Bei Infineon weiß ich, da haben Sie immer drauf geschworen, immer empfohlen. Und da gab es jetzt zum Schluss ja auch nochmal einen heftigen Schub nach oben. Ja, das sind so ziemlich der beste DAX-Wert in Finien dieses Jahr. Und E.ON ist einer der schlechtesten. Nur schlechter ist noch RWE. Also die beiden Versorger bilden das Schlusslicht. Das war keine so große Überraschung. Zu Jahresanfang hätte man eigentlich schon abschätzen können, dass E.ON und RWE die Probleme doch größer sind, als von vielen erwartet. Und Infineon sah, das sah wirklich sehr gut aus und das hat sich jetzt auch bestätigt. Und man sieht auch im Jahresverlauf, selbst wenn man zu Jahresbeginn beide Aktien gekauft hätte, was man ja durchaus hätte machen können, weil viele haben gesagt, E.ON immerhin schöne Dividendenrendite, glaube ich mir. Da hätte man irgendwann Mitte des Jahres schon mal sehen können, irgendwas läuft bei E.ON nicht so gut. Die Aktie ist schon Mitte des Jahres leicht ins Minus gerutscht und hat dann zum Jahresende noch diesen Kursverfall, oder besser gesagt im Sommer noch beschleunigt, während Infineon zwar auch zwischendrin mal etwas schwächer gegangen ist, aber immer noch relativ stark war und jetzt zum Jahresende noch mal ein schönes Finish hingelegt hat. Ist nichts Besonderes oder sehr üblich, dass starke Aktien zum Jahresende noch mal gefragt werden. Die will man dann noch mal ins Depot haben. Gerade Profis wollen dann gute Aktien noch mal kaufen, um zu zeigen, ich habe die, auch wenn man sie erst zwei Tage vor Jahresende gekauft hat, das sieht halt immer ganz gut aus in der Bilanz. Aber dieser Effekt könnte sich noch auswirken, dass vielleicht Infineon sogar noch mal zum Jahresende noch mal einen Schnaps oben drauf legt. Und das Interessante ist, glaube ich, dass auch beide Aktien im letzten Jahr schon ähnlich sich entwickelt haben. Also Infineon gut, E.ON schlecht und ich glaube auch im nächsten Jahr wird sich dieser Trend fortsetzen. Das heißt aber ja jetzt nicht zwingend, dass im neuen Jahr auch diese beiden Werte genauso weiterlaufen werden, oder? Genauso nicht, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, welche Aktie ich kaufen würde fürs nächste Jahr, dann wäre es ganz klar und ich glaube auch Infineon wird diesen Aufwärtstrend wirklich fortsetzen im nächsten Jahr. Wir schauen ja zum Ende der Sendung uns auch noch mal einen kleinen Ausblick an in das nächste Jahr. Jetzt gucken wir aber uns erst noch mal Nordex und Ixtron an. Nordex hat permanent geliefert in diesem Jahr, egal ob es die Aufträge waren oder ob es die Quartalszahlen waren. Da gab es wirklich überhaupt gar nichts zu meckern. Bei Ixtron, da sehen wir gerade heute einen heftigen, heftigen Absturz. Hier gab es schlechte Nachrichten aus China. Was hat denn da so verhagelt? Ja, das ist tatsächlich so. Nordex hat wirklich, wie Sie schon richtig sagen, immer geliefert und bei Ixtron gab es immer nur die Hoffnung und vor allem die Hoffnung auf einen Großauftrag aus China und der ist heute geplatzt. Besser gesagt, also zumindest der große Teil. Drei von 50 Maschinen wurden bereits geliefert, die anderen 47, die gibt es jetzt nicht mehr. Und darauf hatten die Anleger gehofft und auch viele Analysten gehofft. Und jetzt gab es natürlich serienweise Abstufung und die Aktie fällt um 40 Prozent. Vollkommen zu Recht, muss man wirklich sagen, denn viel mehr als diesen Auftrag hat Ixtron nicht. Man hat zwar noch ein normales Geschäft, aber man wollte auch mit diesem Auftrag nächstes Jahr in die schwarzen Zahlen wiederkommen. Das wird jetzt nicht klappen. Also das sieht wirklich sehr unangenehm aus. Und auch Ixtron ist ja nicht erst seit gestern mit Problemen behaftet, sondern schon in den letzten drei Jahren, kann man sagen. Und Nordex läuft seit drei Jahren. Also dieser Trend hat sich in diesem Jahr einfach nur fortgesetzt. Und auch hier, glaube ich, im nächsten Jahr gibt es eine Fortsetzung, sowohl Nordex nach oben als Ixtron nach unten. Das heißt, bei Ixtron könnt ihr jetzt mit diesem Platzen des Vertrages oder mit, ja, tatsächlich mit dem Platzen des Vertrages, mit drei Maschinen kann man sich auch nicht im neuen Jahr gut halten, oder? Ja, man hat ja noch ein anderes Geschäft. Man ist ja nicht nur im LED-Bereich, aber das ist nach wie vor der wichtigste für Ixtron. Und das ist natürlich, ja, wer soll die Aktie jetzt noch kaufen? Und wie sagen die Indianer so schön, wenn du merkst, dass du auf einem toten Pferd sitzt, dann steck ab. Das haben Sie ja auswendig gelernt vorher, gell? Ja, so grob. Ja, wusste ich doch, kennen Sie doch. Jetzt schauen wir uns aber natürlich auch nochmal Solarwerte an. Es wäre ja nicht Meidons Meinung, wenn wir uns nicht auch Solarwerte anschauen würden. Hier braucht man jetzt bei Solar World und bei Capital Stage natürlich auch nicht drüber zu sprechen, wer Verlierer und wer Gewinner ist. Aber woran lag es denn jetzt beispielsweise bei Solar World, dass es jetzt gerade im November nochmal gerappelt hat, Ende Oktober, Anfang November? Ja gut, grundsätzlich zeigt dieses Beispiel ganz schön, dass gerade in der Solarbranche es sehr auf die richtige Auswahl der richtigen Aktien ankommt. Und hier kann man wirklich böse daneben greifen, wie das Beispiel Solar World zeigt. Auch Solar World nicht erst in diesem Jahr schwach, sondern wer vor drei Jahren Solar World gekauft hat, sitzt mittlerweile auf Verlusten von über 95 Prozent. Also fast ein Totalverlust. Eine Erholung hat sich zeitweise so ein bisschen eingestellt, aber dann kam nochmal die Meldung, dass es eine Klage gibt oder eine Klage zu verlieren droht und hier eventuell mehr ständige Millionenbeträge zahlen muss. Hinzu kamen nach wie vor schwache Zahlen, nach wie vor kein Gewinn bei Solar World. Ganz anderes Capital Stage. Man sieht es auch hier, beide Aktien liefen noch ein bisschen parallel im Frühjahr, aber dann ging es doch stark auseinander. Mittlerweile über fast 80 Prozent im Plus-Capital Stage und Solar über 30 Prozent im Minus-Capital Stage. Da läuft es rund, man kauft weiter Solarparks zu, man erhöht seinen Bestand und verdient mit diesen Solarparks durch den Stromverkauf einfach schönes Geld, zahlt Dividende. Also alles wunderbar. Ob das jetzt in dem Tempo weitergeht, ist die andere Frage. Das glaube ich eher nicht, aber dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt, da spricht überhaupt nichts dagegen. Wir haben jetzt drei Negativ- und drei Positivbeispiele aus dem vergangenen Jahr gesehen. Jetzt wollen wir natürlich für die Zuschauer auch nochmal ein bisschen in die Glaskugel einen Blick werfen und gucken, was denn im Jahr 2016 interessant sein könnte, werden könnte. Sie haben uns SAP mitgebracht und das Softwareunternehmen, muss man ja sagen, hat wirklich seit Oktober hier den Riesenkracher hingelegt. Geht das so weiter? Also 71,80 ist ja jetzt schon mal, kann man sich sehen lassen. SAP ist jetzt ein schönes Beispiel für eine Aktie, die auch, man kann sagen, fast drei Jahre lang nur seitwärts gelaufen ist. Man hat jetzt gerade erst die Höchststunde aus dem Jahr 2000 wieder erreicht. Das aber auch vollkommen zu Recht, denn SAP hat eine lange Phase gehabt, wo man umstrukturiert hat vom herkömmlichen Lizenzgeschäft hin zum Cloud-Geschäft. Das ist noch nicht abgeschlossen, aber hier kommt man mittlerweile sehr gut voran und es zeigen sich die ersten Erfolge. Und ich glaube, dass SAP im nächsten Jahr einer der besten Werte im DAX werden könnte. Das ist zumindest mein persönlicher Favorit fürs nächste Jahr und das sieht wirklich gut aus, nachdem das alte Hochjahr rausgenommen worden ist. Wie gesagt, das ehemalige Hoch lag ungefähr hier. Jetzt muss es nochmal richtig nach oben durch, aber das könnte nächstes Jahr passieren. Und Cloud ist nach wie vor das Thema Nummer eins und hier hatten die Konkurrenten einen Vorteil, den SAP jetzt aufgeholt hat. Und jetzt, glaube ich, kann man richtig durchstarten. Würden Sie das unterstreichen, unterschreiben, wenn ich sage, SAP ist das neue Infineon, wenn man das von den DAX-Werten hat? Ja, gut, das sind beides Technologiewerte. Das vereint beide natürlich im völlig unterschiedlichen Bereich. Aber ich glaube, SAP wirklich, Infineon wird auch sicherlich nächstes Jahr gut laufen, aber SAP könnte doch noch ein Ticken besser sein. Dann schauen wir uns aber noch einen Wert an, von dem Sie in diesem Jahr überzeugt waren und scheinbar auch vom nächsten Jahr wieder sind. Ginko Solar hatte seine Tiefstände im Sommer gehabt, August, September, da hat es ein bisschen gescheppert. Wir sind jetzt aber auch so ein bisschen wackelig unterwegs bei Ginko. Kommt da jetzt der Ausdruck? Ja, das ist, also wenn man jetzt Capital Stage als Positivbeispiel hat und Solar Wild als Negativbeispiel, das liegt Ginko Solar so mittendrin. Dies Jahr ein kleiner Gewinn unterm Strich, aber sehr hohe Schwankungen unterm Strich, halt nicht viel verdient. Obwohl das Unternehmen wirklich geliefert hat, sehr gute Zahlen geliefert hat, den Ausbau der eigenen Solarparks massiv vorangetrieben hat. Also alles bestens. Der Kurs hat noch nicht so mitgespielt. Das kann sich und denke ich, wird sich im nächsten Jahr ändern. Vielleicht sogar noch in diesem Jahr ist es ja noch ein bisschen hin. Aber nach wie vor einer meiner Top-Favoriten aus dem Solarsektor und ich glaube, der Solarbereich wird auch 2016 gut laufen. Die Prognosen deuten darauf hin, dass die verkaufte Solarmenge an Modulen weiter wachsen wird, wenn auch nicht mehr so stark wie diesem Jahr. Also die Rahmenbedingungen sind sehr gut und Ginko Solar ist wirklich perfekt positioniert. Dann bin ich gespannt, was Sie zu dem nächsten Wert sagen, weil Solar Edge hat ja auch ein bisschen nachgelassen und es sieht so aus, als hätte man hier den Anschluss verloren. Sie sagten gerade eben, Sie hatten das ganz hoch, ganz unten und eben Ginko in der Mitte. Wo ist denn Solar Edge? Ja, die Firma ist ja relativ neu an der Börse. Erst im März 2015 an die Börse gekommen. Danach erst mal recht stark gestiegen, wie man auch im Kursverlauf schon erkennen kann. Und das war natürlich oder vielleicht im Nachhinein etwas zu schnell und zu stark. Dann gab es eine lange Phase, wo der Kurs gefallen ist, was auch daran lag, dass dann viele Erstaktionäre erst mal Kasse machen, nachdem die gewissen Haltenfristen erreicht worden sind. Dann hatte man so ein bisschen Sorge, dass der US-Markt nicht so gut läuft. Solar Edge ist ja gerade in den USA sehr stark unterwegs bei Wechselrichtern. Aber 2016 könnte tatsächlich ein neuer Schwung in die Aktie kommen, weil man nämlich mit einem neuen Produkt auf den Markt kommt, mit dem HD-Wechselrichtern, einer neuen Technologie. Kleiner, leichter, schneller, besser, leistungsstärker. Und wenn das funktioniert und es spricht eigentlich nichts dagegen, dann kann auch hier die Trendwende kommen. Und dann kann die Aktie auch wieder zumindest in Richtung der alten Höchststände kommen. Und das wäre ja immerhin eine Verdopplung. Würden Sie jetzt den Anlegern raten, jetzt zuzuschlagen oder würden Sie noch erst mal ein bisschen abwarten? Ja, ich glaube, jetzt kann man das schon so langsam mal wagen. Man sieht hier zumindest so den Ansatz einer Bodenbildung. Das ist noch nicht ganz die Kuh vom Eis. Aber die letzten Zahlen waren auch sehr gut, die Solar Edge vorgelegt hat. Also das ist so eine Solaraktie, die sicherlich ein bisschen spekulativ ist. Aber das sind sie letztendlich alle. Das Potenzial ist da. Und ich glaube, das Risiko hält sich in Grenzen, wenn man hier seine Position beim Stop absichert. Man hat das Risiko ungefähr so groß und das Potenzial so. Das ist eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Das stimmt, das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Das erkennt man ganz gut. Den nächsten Wert, auch darüber haben wir uns in dem Jahr oder im Jahr 2015 häufig unterhalten, nämlich Tesla. Man hatte den Hochpunkt schon gehabt im Sommer, 262 Euro. Etwas darüber war der Hochpunkt gewesen. Jetzt möchte Tesla auch noch mitmischen bei dem Thema Vernetztes zu Hause. Aber das wird eher ein Nebenschauplatz sein, oder? Ja, zumindest im nächsten Jahr wird es sicherlich dieser Batteriespeicher, die Powerwall, nicht so das große Thema. Wenngleich auch hier die ersten Verkäufe dann kommen werden und auch hier das zumindest ein Teil zum Umsatz beitragen wird. Aber das Entscheidende wird natürlich der Bereich Elektroautos sein. Ich glaube, dass im nächsten Jahr grundsätzlich das Elektroauto sein das große Jahr haben wird, nachdem wir in diesem Jahr schon so erste Ansätze waren, dass der Markt in Schwung kommt. Die Zahl der verkauften Autos gerade in China wird dieses Jahr deutlich zulegen. Deutschland hängt nach wie vor hinterher. Aber im nächsten Jahr könnte das so ein bisschen den Durchbruch geben. Und auch für Tesla insbesondere, weil man ja im ersten Quartal wahrscheinlich schon sein Massenmodell, den Tesla 3, vorstellen wird, der dann 2017 auf den Markt kommen soll mit ungefähr 35.000 Dollar. Also zu einem normalen Preis. Und das kann doch einiges bewirken bei der Aktie, die zwar sicherlich nicht billig ist. Da gehen die Meinungen natürlich weit auseinander. Eine, die sagen, die ist völlig überteuert. Ich sage, sie ist hoch bewertet, aber hat noch viel Potenzial. Also da könnte nächstes Jahr einiges passieren. Dann gibt es natürlich die Verkäufe für das vierte Quartal Anfang des Jahres. Also wer an Elektroautos glaubt, kommt an Tesla einfach nicht vorbei. Herr Meidon, ganz, ganz schnell, weil die Regie mir schon fast ins Ohr reinspringt. Build Your Dreams, BYD, welche Träume werden hier gebildet? Man sagt, es ist die Tesla Chinas, ist nicht so ganz falsch. BYD ist sogar noch größer als Tesla, verkauft schon mehr Autos und ist natürlich in China auf dem mittlerweile größten Markt für Elektroautos direkt vor Ort unterwegs. Und wer die Bilder vom Smog gesehen hat, der weiß, dass da einiges noch zu tun ist. Und die Regierung treibt das auch voran mit Förderung. Und BYD ist hier ganz vorne quasi in der ersten Reihe. Super schnell und super kompakt. Dankeschön, Herr Meidon. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, Rückblick und Ausblick. Sie haben es gehört, einige vielversprechende Kandidaten sind nach wie vor im Rennen. Ein paar neue sind dazugekommen. Und was sie machen sollten, klar, auch einfach im nächsten Jahr wieder Meidons Meinung schauen. Dann werden sie nämlich sehen, ob sich das Ganze bewahrheitet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.